Ah, ah, ah! Ah! Hinten der Schutzkopf? Ich versteh's nicht. Ach du Scheiße! Junge, da steckt glaube ich gar nicht gescheit drin. Wir bauen heute meinen Weihnachtsbaum auf. Ich hab mir das allererste Mal so einen Fake-Plastikbaum bestellt. So. Wir ziehen jetzt als allererstes mal meine Adresse weg. Ich lass' ich die leake. Das wollen wir nicht. Also, gucken wir mal, wie der Baum ausschaut. Oh, Junge! Ah! 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 Oh, Junge! Kurz gedacht, der ist ab! Ah! Oh Mann, der fusselt ja trotzdem! Oder hart naselt. Hä? Was ist das denn für'n Scheiß? Hä? Oh, Junge! Jetzt muss ich wieder hier Anleitung lesen. Sogar Handschuhe! Korb werfen! Ach so! Ah, das... Ah! Der kommt unten wahrscheinlich hin? Ah! Ah! Okay! Wir gucken trotzdem einmal da rein. Einfach safety first, damit sich hier nix kaputt macht. Ja, also steht nix drin. Ah doch! Tragen Sie beim Aufbau bitte Handschuhe. Nehmen Sie den Abschnitt mit der Schutzkappe heraus. Fernen Sie diese. Verbinden Sie die Basis mit den Abschnitten der Schutzkappe... Ich versteh's nicht. Wie? Kennt ihr das, wenn ihr liest? Lest? Sprachenlernen Bubble. Und einfach nicht versteht, was ihr gelesen habt. Sondern ihr habt gelesen, aber nicht gedacht. So. Wie bleibt das jetzt hier so? Jetzt muss ich... Ah! Loch auf Loch. Und die... Und die Dinger hier... Nein. Ballern. Das war so schlimm. Ich hab in der Schule auch so oft nachlesen müssen, weil ich nie... gelesen hab, was ich... was eigentlich abgeht. Also, mal gucken. Boah, Junge! Ah! Junge! Was ist das? Hä? Achso. Nehmen Sie den Abschnitt mit der Schutzkappe heraus. Fernen Sie diese. Hä? Was ist das denn jetzt? Wie geht das denn nicht rein? Oh, hey. Kurze Überforderung. Jetzt aufklappen, oder? Ah! Auf zu nadeln! Hey, du bist ja voll kahl! Was, Bruder? Kann ich die so... aufziehen? Ich dachte mit dem Scheiß... hat man... kein Dreck. Jeder, der den Baum lobt, kriegt einen Schnaps. Wenn wir uns sehen. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ah, ich muss noch meine Handschuhe anziehen. Die waren dabei, die Handschuhe. Schnelle Nummer, das hier auseinanderziehen. Ist ja ehrlich anstrengender als ein echter Weihnachtsbaum. Zack, zack. Was? Ist doch gar nicht... so schlecht. Hä? Es hieß, ich muss Handschuhe anziehen. Scheißdreck, oder? Scheißdreck, oder? Die Spitze ist krumm und kaputt und... Soll das die Spitze sein? Hä? What the... Der bewegt sich wie zu viel! Junge, der steckt glaube ich gar nicht gescheit drin. Ich hab von meiner Mama ähm... so alte Kugeln bekommen. Die werden wir jetzt drauf machen. Irgendwie sowas. No, da ist jetzt ein Knoten. Oh, das ist schon wieder too much. Es gibt Leute, die mögen sowas ja, gell? So... Entknoten. Vielleicht können wir nur mit dieser einen Hälfte was anfangen. Reißen wir so nach hinten? Fängt man da oben oder unten an zu schmücken? Der ist doch wild! Was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße! Ich fühl den Baum. Ich auch. Done! Der bleibt so. Ist doch eigentlich ganz gut geworden, oder? Was sagen wir Freunde? Wir müssen heute noch den Adventskalender aufmachen. Das ist der Samsung Adventskalender. Boah geil! Von Linds Salted Caramel. Wir können Wetten abschließen, ob ich noch einen Fingernagel abbreche. Kleine, kleine Kugel. Kugel? Freshes girl, Allgäu. Sie kommt vom Land, aber ist alles andere als Scheu. Du weißt, wie es zwischen uns zwei läuft. Du bist wie mein Shiggy in mein Pokéball.